Kennst du schon die Eisbecher-Challenge? Der Frühling ist endlich gekommen. Zeit für einen großen Eisbecher. Daher mache mit bei unserer Eisbecherwette. Du möchtest wissen, wie unser Wettangebot lautet? Wir wetten mit dir, dass wir dir mindestens 100 Euro bei deinen Versicherungen einsparen. Unser Angebot. Wir checken deinen Versicherungsordner und du kannst dabei nur gewinnen. Denn wenn wir dir nicht mindestens 100 Euro einsparen, dann spendieren wir dir einen großen Eisbecher. Daher nehme jetzt Kontakt zu uns auf. Und teile dieses Video mit deinen Freunden auf deiner Pinnwand. Denn unter all denjenigen, die dieses Video teilen, verlosen wir außerdem den eingeblendeten Gutschein. Bis zum nächsten Mal.